Ascalon Ascalon war das Juwel von Tyria, der Mittelpunkt meiner Welt. Vor sechs Jahren brannte meine Welt. Wir flohen vor dem Angriff in die entlegenen Gebiete des nördlichen Tyria. Nun geht der Kampf weiter. Wir waren in unbekanntem Land. Wir fanden uns unerwarteten Gefahren gegenüber. Wir entdeckten neue, unerwartete Verbündete. Jetzt birgt das Herz der Welt eine neue Bedrohung für uns alle. Die neue Gefährdung sitzt tief. Das Herz der Welt. Das Herz der Welt. Das Herz der Welt. Das Herz der Welt. Die Gefährdung ist der Welt. Darbär die Gefährdung ist der Welt. Untertitelung des ZDF, 2020